Arschloch! Schieß in das Arschloch! Das ist Sau! Vielleicht passiert mir morgen dasselbe. Vielleicht kommt morgen für mich jemand, der jünger ist und billiger. Es wird Laserproteste geben. Glaube ich nicht. Ihre Leser sind zum Großteil schon tot. Wir sind alle völlig schockiert. Keiner in der Redaktion kann das glauben. Wie geht's Ihnen denn? Wunderbar. Sagst du bitte was los ist? Los ist eh. Hattest du schon in Pension? Nein, ich arbeite am Abend. Weißt du was? Bist du nicht arbeitslos? Bist du mein Kompagnon ab jetzt. Dreh gleich um in Fluchtrechtland. Das ist ein Einbahn. Einsprung, kannst du kommen? Ich weiß nicht wie Vater sein soll in meinem Alter. Du unterdrückst den Samenerguss. Bist du angerannt irgendwo? Du bist überhaupt nicht mehr richtig feucht. Da können sie die Spermien gar nicht richtig weiter bewegen. Weißt du was im Augenblick mit deinem Chef? Ein blutigen Rausschill ins Bett, wie bei der Mafia. Georg? Sie haben angefangen. Das stimmt nicht, Sie haben angefangen. Sie haben angefangen. Friede! Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen. Halt einfach die Bappen. Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen. Ich fühle mich wie eine Insel, wo rundherum Wasser ist und keiner kann mir helfen.